Ich nehme an, eure erste Frage ist, mache ich mir da gerade tatsächlich Fischstäbchen? Ja, da brauchen wir gar nichts, um rumzusprechen. Ich liebe Fischstäbchen, wer tut das nicht? Zweite Frage, wie schärft man ein Messer? Passt auch, folgendermaßen. Messerschärfen ist überhaupt nicht schwer. Das kriegt jeder von euch hin. Damit ihr wisst, wie man ein Messer schleift, müssen wir erstmal verstehen, was der Schliff bedeutet. Der Schliff ist das, was ihr hier seht, was sich so ein bisschen abzeichnet. Und obendrauf ist der Grat. Da können immer wieder kleine Kanten drin sein, dadurch, dass ihr das Messer benutzt. Für Schneiden verbiegt er sich und obwohl der Schliff so aussehen sollte, sieht er danach so aus oder so aus. Was wir jetzt machen ist, wir biegen das hier wieder so ein bisschen zurück. Umso gerader er ist, umso schärfer ist das Messer. Drei, vier gute Züge reichen vollkommen aus. Man muss nicht die ganze Zeit dastehen und immer weitermachen. Das macht keinen Sinn. Das Einzige, was passiert ist wahrscheinlich, dass man ungleichmäßig arbeitet oder irgendwo dagegen stößt. Weil ich irgendwo zuerst bin, es gibt keinen Wettstahl, nehme ich einfach ein altes Messer von jemandem, das am besten hier hinten keine Kanten hat. Danach könnt ihr ganz einfach wieder euer Gemüse schneiden, weil es ist scharf, das Messer. Es reicht vollkommen aus.